Wenn ich in Berlin in die U-Bahn steige oder in den Bus, dann gucke ich einmal im Bus und sehe, ah, das ist ein Querschnitt aus der Bevölkerung und so müsste das doch normalerweise auch in jedem Beruf sein, ist es aber nicht. In der 10. Klasse bin ich zur Kieferorthopädin gegangen und ich hatte immer den Anspruch, es muss doch ein bisschen besser gehen. Und da dachte ich, wenn ich so durch Kreuzberg fuhr mit meinem damaligen besten Freund, ich will Kieferorthopäde werden. Er wollte Pilot werden, er ist Pilot und ich bin Kieferorthopäde, so ist es. Er ist ein Migrant, Klammer auf, arbeitslos, Hartz IV, faul, tut nichts, Schnorrer, was natürlich völliger Quatsch ist. Wir haben hier verschiedene Sprachen, die wir unseren Patienten anbieten. Englisch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Türkisch, Polnisch, mit Deutsch wären es dann sieben Sprachen, ja. Weil ich denke, das erweitert unser aller Horizonte und das bringt uns alle irgendwie ein bisschen weiter in dem, was wir täglich tun. Die meisten denken immer, ich bin irgendwie eine Türkin oder auch Griechin oder sowas. Also, wenn sie jetzt mal alle überrascht, ach, Kolumbien, echt? Ich glaube, dass Menschen sich unterwegs besser entwickeln als die Ansässigen, die nichts aus ihrem eigenen Zaun sehen. Und selbst den Zaun sehen sie noch von innen. Was machst du nochmal? Das fragen sie immer. Ja, ich mache Parzellanen, Blümchen. Das sage ich dann immer, der Beruf gefällt mir, es macht mir Spaß. Die Gesellschaft, zum Beispiel nehmen wir doch Deutschland hier, hat jetzt erst seit fünf oder sechs Jahren erkannt, wir sind ja ein Einwandererland. Ich hatte einen Geschichtslehrer, der hat jedes Mal die mündlichen Noten am Anfang des Unterrichts vorgelesen. Und mein Nachname beginnt ja mit A und ich war immer an allererster Stelle. Dann hieß es immer Aktasch 6. Und das ist so ein Punkt, warum ich Lehrer sein wollte, weil ich Dinge ändern wollte. Kannst ja versuchen, meint er. Mal sehen, wie weit du kommst. Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule, Ausbildung, Studium, Job. Ich verstehe nicht genau, warum der Bildungsweg von Migranten und Migrantinnen in Deutschland ein anderer sein sollte als für Deutsche in Deutschland. Ich fühle mich immer wieder bestätigt von meinen Schülern, weil vor allem an ihnen erkenne ich das Ergebnis. Nur offene Gesellschaften, die sich entwickeln, die immer auf die Nase fallen, die immer wieder etwas versuchen und auch Fehler machen dürfen. Nur sie überleben. Ja, das kannst du natürlich kreativ machen in irgendeiner Form. Du kannst genau dieses Thema nehmen, Dinge aufheben, von jeder Seite das betrachten. Und es ist ja auch die Herausforderung als Journalist, dass man dann sozusagen das Thema besetzt mit der eigenen Meinung. Und es ist ja auch die Herausforderung als Journalist, dass man dann das Thema besetzt mit der Meinung.